Da hinten müssen wir hin? Zum Schloss? Ja, da hinten müssen wir hin. Tatsache. Oh geil. Oh geil, wie kommen wir da hin? Wir rutschen. Wieso rutschen? Ah, okay, jetzt weiß ich. Oh ja, alles klar. Huiiii, und? Ohren. Boing. Huiiii. Sind das böse Jungs? Bin mir nicht sicher. Nein, das sind keine bösen Jungs. War ne schöne Tour. Kommt ihr? Ich verkaufe da alles, was ich hab. Achso, na dann warte ich hier. Ich hab nen Blutwürfel gefunden. Na, na, dann komm ich jetzt nicht mehr ran. Hab ich noch meine Spahn? Den nehm ich dir. Oh, da komm ich, warte mal, vielleicht komm ich auch wieder zurück. Kommt man hier wieder zurück? Nein, nein. Wie kommt man denn hier wieder zurück? Kannst dich höchstens zurück teleportieren. Das kann ich natürlich machen. Warte mal. Aber. Huch. Ja, okay, mach ich mal kurz. Rutsche! Bin ich richtig, wenn ich rutsche? Ja, ja, dann bist du richtig. Bleib mal bei dem Loot-Ding, Redbeard. Ich bin jetzt wieder bei der Kirche. Und wo war der Loot-Würfel? Wenn du auf der Rutsche bist, musst du mal rechts gucken, da stehe ich. Irgendwie komme ich da hin? Spring. Von der Rutsche runter, oder was? Ja. Während ich rutsche? Während du rutschst. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Waaaaaah! Du musst natürlich auch so landen, dass du nicht runterfällst. So, warte mal. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder bei Wolfi. Ach, pfeif auf den Loot-Würfel. Komm rüber, Redbeard. Guck mal, Wolfi, was da hinten steht. Ich aktiviere den Angriff. Brams! Brams! Bram und Totschlag! Juhu! Lebt noch was? Nee, ne? So, jetzt haben wir hier noch drin. Blitzschaden, Grabspross brauchen wir nicht. Ihr macht das schon. Aber das schon? Ja, das können wir auch schon. So. Ich seh nix. Ich hab liebe Bills, lässt einen Entwahn. So. Was haben wir da noch? Ach nee, das ist alles alt und gammlig. Das brauchen wir nicht. Waaah! Dann kann man ja runterfallen. Ich bin ein sprechendes Skelett. Hahahaha. Habt ihr das gehört? Ja. Ich bin ein sprechendes Skelett, hat er gesagt. Ah, okay. Er hat Blutwürfel gefunden. Womit er ja recht hat. Sag mal, Redbeard ist so'n, ist so'n wandelnder Blutwürfel-Detektor oder sowas. Der ist aber nicht schwer zu finden, der Blutwürfel. Wir stecken da gemeinsam drin. Das Tod, ich kann niemals sterben. Himmelshammer! So. Was ist das hier? Eine Hacker-Axt. Das ist voll ein Glückswürfel. Na ja. Da war aber auch nix Tolles drin. Hopla. Ich glaube, in so ziemlich jedem Lootwürfel ist nix mehr vor uns zu tun. Aha! Oh, ich hab ne Waffenkitzel gefunden. Interessant. Also, Redbeard! Hahaha. Loot. Wo dann jetzt schon wieder? Loot, loot, loot. Ich kann einfach immer am Rockzipfel von Redbeard hängen bleiben. So, super. Irgendwie ist da nix mehr drin für uns, kann das angehen? Nee, wir sind einfach zu gut. Ist das eigentlich mittlerweile besser? Naja. Äh. Hm. Weißer mal hier? Nix. Und hier? Auch nix. Was ist das hier? Hier war auch schon jemand drin von euch? Wo ist Wolfie denn? Der gammelt hier hinten rum. Ja, ich schau da. Da war es jetzt. Achso, da war der früher. Wir haben uns hier... Oder eigentlich hat sich Redbeard umgeguckt. Oh, ich würde sagen, wir nähern uns dem großen Finale. Eruptor. Eruptor. Kann man so weit zaubern? Man kann. Jetzt wird jetzt so weit. Kabumski. Ja. Sehr wübsch. Schau, was hat sich hier getroppt? Oh, das sieht interessant aus. Das sieht interessant aus. Das gucken wir uns gleich mal an. Okay, kann man uns das jetzt mal angucken. Wo ist denn der neue Dunkelschaden? Ist das der hier? Ne, das ist die alte. Und das hier? Na ja, ich weiß ja nicht. Guck dir überhaupt nach Ludwürfen, weil ich hab wieder einen gefunden. Nein, nein. Wo ist er? Mal sehen, wenn ich hier bin, dann heißt das... Tja, was heißt das dann nur? Und... Plink. Mehr Glück für dich, Mamacita. Na ja. Ah! Na, das ist ja toll gewesen. Da war wieder so ein Windhauch. Was ich mich jetzt frage, wo bin ich? Da bin ich. So, das war ein Griff ins Klo, diese Waffe. Die können wir gleich wieder austauschen. Wartet auf mich. Ich komme. Ich schieße so wild. Ich muss zurückschießen. Was ist mit dir? Ja, ich muss mit zurückschießen. Du musst sie töten, Wolfi. Das ist der Trick. Nee, wo ist er hin? Ist er gut? Ja. Komm raus, da. Hier siehst du gar nichts vor lauter. Und ein Schlag. Pam. Also, wenn ich meinen Blitz-Zauber auflade, macht der 2000 Schaden. Unkritisch wohlgemerkt. Das ist viel. Ist der tot? Ja. Ja, kein paar. Ich sag mal nicht, dass ich noch eine Waffenkisse gefunden habe, oder? Doch, doch, sag das nicht. So, warte mal. Wo hast du eine Waffenkiste gefunden? Das tut er wohl. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist gestorben. Oh, der hat eine Axt verloren, aber die ist nicht gut. Wo hast du eine Waffenkiste? Ist Red Pit noch da? Er bewegt sich nicht mehr. Doch, jetzt bewegt er sich wieder. Red Pit. Wow. Da ist eine Waffenkiste. Bling. Soll ich sogar das Lila nicht machen? Wieso geht Wolfi über die Falle und ich kriege eine verpasst? Ich bin der Künstler darin. Ich habe auch irgendwas verpasst gekriegt. Keine Ahnung was. Man muss halt gekonnt vorbeigehen. Au. Sag mal, Wolfi. Was denn? Du schießt immer die Fässer kaputt, neben denen ich stehe. Oder was retten wir es? Ich habe auf keinen Fässerfass geschossen. Ich verfehle nur alles. Die Fässer triffst du. Was ist das gewesen? Ich glaube, das sind Fallen. Ach, etwa kleine. Ich bin rumpelt's da immer. Hier ist nix mehr. Also ich habe viel in der Waffenkiste gefunden. Der Redspirt ist ein... Ach, da ist ja die Fee. Ein... ...Waffenkistenexperte. So, was ist das? Schierling des Waldes. Ist der gut? Wird auch mal ausprobiert. Schierling des Waldes. Wo ist er denn hin? So, das ist Rohling der Unruhe. Nee. Schierling des Waldes. Probieren wir mal aus. Nee, ist er nicht. Schierling des Waldes. Entsichert und im Anschlag. Ah, du bist ja wieder... Nein, nein, nein. Das mag ich an dir. Du achtest immer auf die Details. Meine Peenschnurhaare sagen mir, dass ich bei der nächsten bösen Blume mehr... ...zupacken muss. Du wirst mir Rückendeckung geben müssen. Komm! Was hat der gesagt? Dieser Parasit zehrt von der Lebenskraft der Wohnstange. Und das dulde ich nicht. Diese große, schöne Bodenstange. Vorsicht, da ist Wind. Für die Stadtbewohner. Äh, Gas. Von mir aus. Rannt man einmal hinter Redbeard her und dann findet er keine Waffenkiste. Da? Ja. Oh, mich hat gestoßen. Ach, ich hab Mutwürfe gefunden. Ja, ja. Hier, so ein durchsichtliches Ding war das. Oh, da ist jetzt tatsächlich sogar was drin. Äh, Ofenrohr der Disziplin? Yes. Gucken wir uns doch mal an. Naja, bleibt abzuwarten, ob das gut ist. Hast du ein neues Stillzeug, Wolfi? Oder was machst du da? Nö, das hab ich schon die ganze Zeit. Ofenrohr der Disziplin. Was ist das? Tanzbogenwalderjägerin. Ich seh nix mehr. Kritze. Ich seh nix mehr. Sieht ja, er fahrt irgendwo hin. Sieht wer was? Wenn der Vermutung, wo der Gegner ist und dann schieße ich halt dahin. Das macht sie sehr gut. Hi, der Witzka. Kaputt, kaputt. Aua, was war das? Ich kann wieder zaubern. Was? Es ist nix. Ist das da was böses? Ja, übrigens böses ist das. Geil, Alter! Wie sie sehen, sehen sie nix. Ist jetzt Ruhe? Ich glaube es ist tot, ich kann es auf... Ne, das ist tatsächlich noch was. So. Jetzt müssen wir noch ganz kurz gucken, was hier so... Äh, was ist das? Der Brocken der Sehnsucht? Ne, Brocker. Der Brocker der Sehnsucht? Keine Ahnung. Ich habe alles eingesammelt, ja, das ist was anderes, das ist auch was... Du folgst mir immer noch? Okay, dann mal los. Schnell alle Fässer zerstören, bevor Wolfi sie sieht. So, was habe ich da eben gerade eingesammelt? Der Brocken der Sehnsucht? Interessant. Ne Waffenkiste gefunden. Äh, wo ist er jetzt schon wieder? In seiner Waffenkiste. In unserer wunderbaren Möhrer, es reicht. Es geht mir nicht gut. Ich habe schreckliche Höhenangst. Und jetzt stecke ich für immer in 10.000 Ellen Höhe fest. Äh, ne. Oh, das Ding hat was verloren. Auf was schießt denn da, Wolfi? Ich weiß nicht, das war ein... Imitator war das. Ja, ein hässliches Ding. Bei den Göttern! Nääääh! Mhm, 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 mhm. So, was will er denn eigentlich von uns hier? Ich habe übrigens Luke-Würfel gefunden. Was auch sonst? Gut, dass wir nicht schwitzen können. Wir funkeln stattdessen. Ewigart, funkele! Ist das was? Tatsache. Aua, wo bin ich tot? Wolfi, du hast schon wieder auf was geschossen. Was? Nein, nein, diesmal war es süß nicht. Oh, da ist ein Spiegel gekonnt, hä? Uah, was ist jetzt passiert? Ich gehe mal nicht in den Spiegel. Ja. Aber hier ist eine Waffenkiste drin. Echt? Ja? Und ein Loot-Würfel. Dann gehe ich doch in den Spiegel. Waffenkiste und Loot-Würfel. Wann doch irgendwie wieder raus? Wollen wir doch hoffen. Zauber-Schuss-Arm-Spross. Gefährdenschaden, Schusswaffenschaden, kritische. Du Glücks-Pilz. Oh. Je mehr Wurfel, desto besser die Beute. Oh. Zieh im Fügel. Ja, das nehmen wir mal mit. Guck mal noch auf blaue und, und gierlete. Was? Gierlete. Was ist das? Bloodshot des Virtuos. Was ist denn da? Da ist eine Eins dran. So, was haben wir da noch? Wir haben hier Bloodshot des Virtuosen und Springgarn der kriechenden Leere. Was ist das denn? So. Interessant. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Bereit und tödlich! Was hast du gerade gesagt? Warte mal, was haben wir hier? Plus 4 auf die Abklingzeit, plus 1 auf, keine Ahnung. Und das hier hat plus 4, ne plus 2, plus 2, Zauberschusskraft, Grabsprusskraft. Was ist ein Zauberschusskraft und Grabsprusskraft? Also wenn da steht plus Kraft von irgendwas. Äh, ich nehme mal an, dass das die Zauberkraft ist. Okay. Also die Superfähigkeit, Grabsprusskraft. Schipp! Was ist denn das andere für eine Wumse? Brocken der Sehnsucht. Schau. Was ist das? Wicht der Eifersucht. Achso, das ist der Raketenförf. Das ist leider alles besser. Was ist das für ein Problem? Aber die ist so gut, die Waffe. So. Kommt ihr da wieder raus? Es ist bloß Munition! Ich bin schon raus. Äh, ja. Ja. Was machst du da? Wer, ich? Hier oben ist noch Lootwürfel und Waffenkiste. Nein! Lootwürfel und Waffenkiste. Komm mal da oben hin. Äh, auf die andere Etage und dann über die Blume. Auf die andere Etage und dann über die Blume. Andere Etage und dann über die, über die Blume da? Ja. Äh, äh. Der Zufassgenerator kann dir nichts anhaben. Mehr Glück für dich. Oh, neues Schild für mich. Schon mal gut. Wo ist denn was da? Dunkelmagie Schaden, ne. Brauchen wir auch nicht. Kommt uns jemand an? Das mag ich nicht. Dann mal los! Lustige Waffe. So. Was haben wir denn hier? Ist wieder eine Rutsche. Wer rutscht zuerst? Willst du den Rutsche? Ja. Die kann man da nicht runterstoßen. Weit runter, Tomodachi. Kommt sich fast mit Kobacken aus Stahl. Also rutsch los! Hui. Auf was schießt ihr da? Weiß nicht, da war ein Ziel. Da wollte ich draufschießen. Ich sehe auch nicht, dass das noch sein könnte. Oh. Oh. Noch nicht gestorben. Ich bin gestorben. Was ist das? Echt? Und ein weiteres Mal. Ich bin auch gestorben. Ja, aber warum denn das? Okay, man muss mitlenken. Sonst klappt das nicht. Okay, muss man das? Ja. Ich habe nicht mitgelenkt und bin runtergefallen. Herzlichen Glückwunsch. Wie kommt man denn hier? Wo rutschen wir denn hin? Wenn ich mal fragen darf. Weit runter. So wie ich das möchte. Und wenn ich eigentlich zur Burg sacht mache? In der Burg waren wir ja eben drinnen. Ach so. Und wo rutschen wir gerade hin? Wir laden wir ja weiter. Wohin? Okay, ich bin da, wo Wolfi ist. Irgendwie. Hallo, Wolfi. Hallo. Da ist eine... Ach so, wo rutschen wir denn den Anfang? Ja, scheinbar. Da ist übrigens eine Lootkiste. Mach die doch mal auf, Wolfi. Wie kommen wir denn an die Lootkiste ran? Oh, wahrscheinlich sind die Ziele, die wir da abgeschossen haben, für das Tor. Ja, das kann natürlich sein. Wenn ich ganz ehrlich sagen muss, habe ich diese Ziele gar nicht alle gesehen. Ich habe eins gesehen. Ich habe so ungefähr drei abgeschossen. Hm. So, sind wir jetzt hier fertig, oder was? Scheint so. Dringend in den Unter... Warte mal. Was haben wir für Quests? Wir haben noch den Quests, sprich mit Joseph und Waagzahn und Tiefen und... Immer daran denken. Aussehen ist alles. Werte sind zweitrangig. Der Unterschlupf des Parasiten muss hier noch irgendwo sein, oder? Sehe ich das falsch? Äh, ja. Der ist hier tatsächlich noch... Warte mal, ich port mich mal da hin, ja? Der Unterschlupf des Parasiten. So. Der kann man übrigens auch gleich verkaufen. Nebenbei. Ich wecke Stufe 5, Kommerz. Was macht der? Nimm dieses Geld sofort. Wird verkauft. Wird verkauft. So. Kann man hier so kaufen? Unfug. Zwillingsspektral. Näh. Umbra-Auslöschungsunglück. Klingt interessant. Ach komm, jetzt nehmen wir mal. Einfach mal hin und wieder mal was ausprobieren. Auch wenn's teuer war. So. Ich probiere aus. Das Umbra-Auslöschungsunglück. Wahrscheinlich ist es... Der Himmelsfeiter! Was zum Hänker? Das war groß. Okay, jetzt probieren wir mal aus. Ich weiß allerdings nicht, was es macht. Das ist mein Problem. Wenn ich das hier irgendwo so hinkaste... Dann schwebt das da rum. Und brischt auseinander. Oh ne. Tut hier. Naja, wir probieren's mal aus. We will see. Äh... So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da irgendwo... Ah, da ist er ja. Hier irgendwie hin, ne? Ja. Ich glaub, hier kommt jetzt ein... Boss, oder? Boss, ja. Wollen wir hier mal auf Wolfie warten? Ja. Ach, Wolfie ist da. Also rein da. Okay. Huh. Huiiii. Das ist ja sehr holfrig. Interessant. Keine Ahnung, was es macht. Aber es ist bestimmt sehr gut. Bratzel. Das macht ordentlich Schaden, kann man sagen. Wo ist denn jetzt der Subabus? Ist der tot? Da läuft einer rum. Der ist da noch. Der war die ihn so lange. Bratzel. Ah, er ist hin. Glaube ich. Ich hab der Parasite gesehen. Oh, Legendary. Kilomand. Ist einer von euch ein Kilomand? Ich war, glaube ich, einer. Kilomand und Sporenhüter. Ich bin Sporen. Äh, nee, ich bin Clown-Bringer. Äh, nee, ich bin Clown-Bringer. Hm. Weiß, passt sonst nicht. Zehrende Eps-Röber. Hm. Nee. Und, nee. Wolfie! Pass auf. Ein Meteor. Wenn ich mal hier so auf die Karte von diesem Gebiet gucke, das sind noch zwei Gebiete, wo wir nicht waren. Ja, ist die Frage, wie kommt man da hin, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Das eine. Da-da-da. Oh ja, das ist schon recht cool. So, hier ist noch ne Waffenkiste. Okay. Okay, das eine Gebiet, da sind wir jetzt. Wo ist denn der, äh, der Red Beard? Nee, nicht. Keine Ahnung. Ich bin durch das Portal gegangen. Ach, schau. Ach, schau. Hindurch! Zip. Wo ist jetzt die Waffenkiste? Äh, hier ist eine. Aha. Was für ein Scheiß. Und hier hinten ist eine. Hui. Ah, was für ein Scheiß. Flammen-Angeber-des-Abhebens. Okay. Was ist das? Darf ich den mal kurz ausprobieren? Hm, der hat mir nicht gefallen. Probieren wir mal den aus. So, Wolfi, es folgt der Flammenabheber des, äh, Abhebens. Okay, interessant. Auch mal haften. Oh, da ist ein, äh, eine Schriftrolle. Bereit und tödlich! So, warte mal, wo sind wir jetzt hier? Da. Aber das ist trotzdem noch ein Gebiet, wo wir nicht waren, ne? Äh, ja. Ist die Frage, wie man da hinkommt. Oh, Luftwürfel. Wo ist's? Jetzt klingelt's auch noch. Macht mal weiter. Du Glückspilz. Bist du schon durch? Nee, ne, ne, nicht das, was ausgelöst wird. So, da bin ich wieder. Uh, dickes Schild. Äh, was macht's? Bewegungsgeschwindigkeit, solange Schutz verbraucht ist. Hm, hm, ja, ne, warte mal. So, äh, weiter. Und durch. Wupp. Wuh, wo ist denn jetzt? Auch nicht in der Nähe davon, oder? Ich will mal kurz was gucken. Meinst du, dass hier noch ein Brotal hinführt? Ja. Und? Ja, jub, bin da. Ah, sehr cool. Na, dann gehen wir doch Daumark durch. Ist zwar kein Quest, aber wir können ja mal gucken, was wir hier so finden. Was haben wir jetzt gekriegt? Ich brauch auch mal Sachen. Irgendein Scharfschützengewehr. Ohne Stange in Gefahr. Was ist das für ein Scharfschützengewehr? Zeig mal. Mäh, sowas wollen wir nicht. Was gibt's hier? Was ist das für ein Gebiet? Wer? Du da. Ich brauche kompetente Hilfe. Was soll ich machen? Joseph? Ich weiß da nebenwo, wo der Kerl ist. Ja, der steht hier an der, an der, hier, da direkt neben der Tür. Du musst mir helfen. Wir müssen irgendwie in das Haus rein. Bestimmt durchwälzen Sie meine Notizen und Folianten auf der Suche nach dunkler Magie. Du musst hinein, bevor Sie etwas freisetzen, dass Sie nicht begreifen können. Hier ist schon wieder so ein Scharf, so ein komisches. Ich habe eine Waffenkiste gefunden. Man klopft mit dem Mann. Das ist dein Zuhause. Solltest du nicht selbst reingehen? Blau. Da sieht man, dass du keine Ahnung von Portal-Magie hast. Man kann sein eigenes Portal nicht benutzen. Kann man nicht? Ich glaube, er hat ein Portal gemacht. Zumindest klang das so. Kuckuck. Nee, hat er nicht. Doch, hier ist ein Portal zu seinem Haus. Ja.